Hallo Leute, willkommen zurück. Ich glaube wir sind gerade auf Bespin gelandet und mal sehen wie es weiter geht hier. Hask wird im Turm des Aufsehers sein, auf der Hauptebene. Also brauchen wir einen Turbolift. Der Droide sagt, vor uns ist einer, so wie einige Sturmtruppen. Okay, neue Fähigkeiten. Cool. Also los, mir nach. Wie immer. Kann man das sehen hier? Nichts richtig, ne? Okay, so. Wird jemand gerade... Kommt jemand aus dieser Tür oder... Ja, ich muss nochmal umgehen. Ist das hier? Ich hack das Ding. Oh. Du warst dabei, das zu hacken. Mussten wir das nicht mehr? Okay. Aha. Gehen wir hier rein. Was war das? Oh. Ich will nicht, dass uns kürzen, was es geht, solange Commander Heft hier ist. Ich kann gut schießen. Ich kann gut schießen. Uh. Ach. Okay. 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 Steffekanis. Okay. Sorry, Fantasy. Ich mag meinen Blaster überhaupt nicht. Liebe. Was im Nahkampf machen? Ehrlich? Mach ich? Das ist wirklich, wirklich falsch. So, das war ungefähr das Schlimmste, das... Ich hätte das nicht schlimmer machen können, meine ich. Verdammt. Okay. Okay. Vielleicht diesmal... müssen wir einfach rumschleichen. Weil das war ungefähr... Das war ungefähr 9000 Stormtrooper auf einmal. Ja, einige. Also los, mir nach. Wie immer. Mach doch eine Runde. Ich will nicht... Das Ding muss sich zerstören. Kann ich nicht das... ...leiser machen? Ich meine... ...er ist genau da. Es ist... ...me und der letzte von uns. Wie ist dieser Blaster? Wie ist dieser Blaster? H Okay. Daикуallen ich! Was will ich? Einfach. Rennen. Ich glaube, ich habe einen Bein-Fighter. In Ordnung, wir sind hier drüben. Und wir müssen... Was? Hier oben? Ah, okay, haben wir noch diesen Ding? Kann ich einfach drauf schießen? Wir sind weitergekommen. Das war nicht einfach. Ich habe keine Ahnung, wo die Hälfte von den Stormtroopers sind. Aber das ist okay. Aha. Okay, wir treffen uns beim Turm. Achte darauf, dass dich keiner sieht. Die neue Lackierung verriet dich. Stehen Sie nicht so rum, Soldat. Belegung. Bereit machen, der Hask will uns einen Kampf liefern. Ich freue mich drauf. Der Turm des Aufsehers infiltrieren. Tja, das weckt Erinnerung. Aber keine guten. Der Turm des Aufsehers liegt vor uns. Hask müsste ganz oben sein. So, ich bin einfach eine von euch. Seit Endor sind die Besatzungen des Imperiums schlimmer geworden. Das können wir sein, ein. Sie und ich. Denk an all das Gute, das wir seit Vardos getan haben. Wir haben die Galaxis sicherer gemacht. Leuten Hoffnung gegeben. Ja, und das tun wir jetzt auch für Bespin. Finden wir Hask. Ich bin froh, ich muss nicht euch alle umbringen. Erstaunlich, wie belebt die Station ist. Ach, das Imperium fliegt. Hey, was quatscht ihr da rum? Wir bewundern die Macht des Imperiums, Sir. Die Rebellen haben keine Chance. Weitermachen. Ja. Angeblich bröckelt die Blockade. Überall im Anuar-Sektor sollen Schiffe durchfliegen. Was darf? Droide, wir sind am Turm. Bist du bereit? Wir sehen uns oben. War das ein Ja? Oh, okay. So. Wir sind jetzt oben. Wo sind denn alle? Dachten Sie wirklich, dass es so leicht wird? Uh-oh. Uh-oh. Ich glaube, wir müssen jetzt kämpfen. Dieser Sternenzerstörer. Das muss Hask sein. So viel dazu. Oh, hi. Weg hier. Runter von der Plattform. Uh. Wieder zurück. Uh-oh. Uh-oh. Wir haben zu viele Truppler in unserer Position. Schwerer Schütze gesichtet. Wer ist angekündigt? Das ist nicht leicht, umzubringen. Haben wir alle? Okay. Freikämpfen. Fahrstuhl nehmen. Die da unten. Platträume reichen. Gibt es einen anderen Blaster? Ich hätte wirklich gerne einen anderen Blaster. Okay. Cool. Mal sehen. Kann ich einfach hier Blaster wechseln? Ich denke nicht, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also bleibt Wasser. Ausschwärmen. Commander Hask will sie gefunden haben. Cool. Ja. Toll. Toll. Jetzt muss ich alle hier umbringen. Wir suchen noch nach uns. Wir eröffnen das Feuer. Verstanden? Alles klar. Spitze. Vielleicht, wenn ich wieder meinen Helm anziehen darf, würde ich nicht so auffallen? AT-ST. Oh, mein Gott. Wir sind mit schwerem Wachsgesicht. Okay, Amina. Was ist das denn? Das gefällt mir ein bisschen besser. Ja, ein Pumpgun ist viel besser. Wirklich? Was schießt mich von hinten da? Oh, diese Blaster ist das Schlimmste. Kann ich sehen. Ich geh einfach durch. Ich kann gar nichts treffen. Es legt nichts an mir. Es legt an diese Wache. Ich bin fast der Meinung. Wo sind sie? Wo sind sie? Das waren alle. Wirklich? Das waren alle? Oh, sie ist da. Was für ein Schiff. Was für ein Schiff. Er hat darauf gezeigt? Hier drüben irgendwo? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eliminieren. 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 Oh, ich muss zu diesen Dingen gehen? Ah. Natürlich. Die fliegen auch. Die fliegen auch. Cloud City, Leute. Oh Gott. Es hat Waffen. Es hat Waffen. Es hat Waffen. Was will man mehr? Dass es kein Wolkenstadtwagen ist. Was können diese Dinge? Betankungsplattform direkt voraus. Und drei Sternenzerstörer. Die wir sprengen werden. Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Nein, Moment. Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Genau. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Okay. Das ist das verrückteste, was ich je gehört habe. Das ist wirklich verrückt. Sie lieben es. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich liebe es. Kommando. Ein Wolkenstadtwagen hält kurz auf Ihren Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch für etwas gut. Sigma 1 zu. Setzen Sie Vector auf Afangos. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. Zuerst erreichen. Dann gucken, was weitergeht. Okay. Jetzt zerstören. Irgendwie. Irgendwie. Wie zerstören wir die Dinge? Aha. Okay. Eindeutig nicht so durch die Gegend fliegen. Wenn ich... Schon wieder? Brauche ich das... Distanz? Dann... Oh. Okay. Here we go. Ja. Der Wolkenstadtwagen macht keine Lieferung. Abschießen 1 zu. Alle Einheiten zu mir. Wolkenstadtwagen auf Punkt 032. Schießen ihn ab. Jetzt haben wir den Aufmerksamkeit auf uns. Wir verlieren Treibstoffzellen. Unsere Flotte braucht das Divaner Gas. Ich geb mir Mühe, aber erst schnell. Guter Schuss. Guter Schuss. Okay. Ich bin wirklich schlecht mit Fliegen. Okay. Das war eins, richtig? Guter Schuss. Guter Schuss. Guter Schuss. Guter Schuss. Was ist das da für mich? Ah. Oh man. Tierjäger. Leber. Okay. Fast noch eins. Kann schon. Ja. Pilot 1-2, wir können erst nach der Betankung feuern, sonst geht die ganze Raffinerie hoch. Tun Sie was! Aber wenn wir verfehlen und die Teilstoffzellen treffen, sterben wir alle. Dann zielen Sie! Okay, ich glaube ich habe das letzte hier. Aber jetzt schießen die Schiffe auf mich, richtig? Puh. Kein Ding. Ich fliege ganz schnell und komme zurück. Eins von drei. Zwei von drei. Drei von drei. Wann ist alle? Ja, das war. Leute, Leute, Leute. Leute. Oh Mann. Ich hoffe, niemand war da drauf. Trophäe. Wir haben Infos über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Das sollen wir alle da umbringen, auch. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Triff, Sie werden mit Lando Kailrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht. Mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Ja. Sollust. Okay. Spielen wir jetzt das Lando? Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Borsios Leute durften nicht hier sein. Ich warte, wir spielen das Lando. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was. Es ist ein Stoßdruck. Das schaffen wir. Äh. Und was, wenn nicht? Okay. Ich muss schon sagen, Lando sieht nicht schlecht aus. Von A den Legacy-Figuren. Ziemlich früh Verteidigung für ein verlassenes Waffen, Aiden. Ich wollte eigentlich nur Gesellschaft, aber siehe da. Taktische Analyse. Was ist denn ein cooler Planet? Ich kenne mich auf Sallust aus. Aber immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Okay. Nicht schlecht. So, was machen wir? Die Anlageinfaltrierung. Brauchen wir wieder Stormtrooper Rüstung? Still jetzt. Okay. Rumschleichen geht wirklich nicht. Ja, alle umbringen. Da kommt noch mehr. Ich stehe ganz oben. Mach mich. Als Schieres Schreiber. Schieres Schreiber. Huh. Deutsch. Das Blaster scheint mir nicht so gut zu sein. Ugh. Ehrlich. Ist er ein Inferno-Trooper? Reingehen. Es ist verdammt heiß hier draußen. Okay. Wieso nicht? Ja, wir hier noch rein. Ich wette, es gibt ein paar Imperiale hier abzuknallen. Was ist das? Oh, wie cool. Ja, ein altes Fließband. Darauf hat das Imperium 8080s montiert. Ja. Das ist cool. Das gefällt mir. Was ist das? Ein Terminal? Ah, es klemmt. Sie klemmt. Wir kommen nicht rein. Wenn wir das Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Noch ein Terminal? Hier. Steigen Sie ins Cockpit. Okay. Hey, äh, würden Sie bitte? Ihr Umhang ist im Weg. Ich weiß. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber dafür umso mehr für Stil. Okay. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Okay. Wir stillen die Waffen und legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Hansolos Rettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. Ganz leicht. Wenn Sie dabei sind, wird einfach nie etwas nach Plan. Ja. Das ist das Hauptterminal. Dort könnten wir die Fabrik abschalten. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Wie machen wir das? Du und ich wie dein Einsatz? Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da wären wir so ein Glück. Okay. Aber ich fürchte, das muss bis zum nächsten Mal warten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.